Hast du auch die Nase voll von nichtssagender Radiomusik? Unverständlichem Hip-Hop-Gestammel? Und weichgespülten Schlagern? Am 13.05. ist es soweit. Wir präsentieren das Atmosphere. Wir haben ein dickes Line-Up vorbereitet mit super Bands. Otto aus Mörs. Aeon Temple aus dem Ruhrgebiet. Sleeping Green, auch aus Mörs. Purple Dawn aus Köln. Und Smokemaster als Headliner. Hier unten ist der Link. Jetzt Tickets sichern. Hallo. Musik Vielen Dank.